Hallo, es ist das Brandenburger Tour und wir sind alles hier. Komm! Wir arbeiten mit dem Red Army Choir und Vincent Niccolow während dem Autumn hier in Deutschland um ihren neuen Rekord, Au Fortuna. Sie haben sehr, sehr erfolgreich in France. Sie haben sie triple Platinum in France. Wir hoffen für gute Dinge hier in Deutschland.